Hallo lieber Benni! So, wir wollen dich jetzt noch einmal fragen, was wir denn so tolles heute erlebt haben und worauf du dich freust, was die nächsten Schritte sind und ja, was dich so heute besonders bewegt hat. Also, vielleicht solltest du mir mit der Kamera auf mich zeigen. Ich halte mein Mikro fest, du nimmst die Kopfhörer. Komm, Kopfhörer wieder aufsetzen. Warte, ich helfe dir. Okay, du kannst ja die letzte Frage nochmal stellen. Also, die Frage war, was hat dich heute besonders bewegt? Ich kann ja erstmal sagen, was wir heute gemacht haben. Wir haben viel über Ton gelernt, wir haben viel über Licht gelernt, wir haben viel über die Kamera an sich gelernt, wir haben noch ein paar rechtliche Tipps gekriegt, wo wir filmen dürfen und irgendwo nicht. Wir haben nochmal das abgeänderte Drehbuch drüber gelesen und sind jetzt gerade dabei, das Storyboard zu schreiben und die Logistik zu machen. Wir sind alle schon ein bisschen ausgebrannt und haben auch ein bisschen Schiss vor dem Dreh. Ja, wir freuen uns dann auf die nächsten Tage. Jetzt eben, ja, werden wir noch ein paar Schnitte machen und haben dann erstmal drei Tage frei. Ein bisschen Zeit, sich hier zu überlegen, was wir dann für die Szenen alles einsetzen werden. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und du bist auch übrigens in meiner Szene Regisseur und hast noch nicht drüber geguckt. Oh, wirklich? Oh weia. So arbeiten wir also. Okay, so viel dazu. Ich wünsche uns natürlich ganz viel Glück und ich weiß auch, dass wir es wirklich schaffen werden. Tschüss. 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 Tschüss.